Da hat sie ja noch von sexistischen Belästigungen geredet und das wollten wir ihr verbieten. Ich meine, es sind drei Frauen. Was haben die in einem Gerichtssaal zu suchen? Jetzt kommt der Turning Point, wo ich mich oute, dass ich eigentlich zu Shoyoka gehöre. Jetzt falle ich euch allen den Rücken, ihr Schweine. Herzlich willkommen zu J.J. Riddle, jeden Tag um 17 Uhr. Wir gucken uns heute das Ende, na, oder die Zusammenfassung auf jeden Fall von Heroes gegen Shoyoka an. Da war ja damals sowas mit einer Belästigung im Raum. Manche sagten vielleicht sogar eine sexuelle Belästigung und dann sind da die ein oder anderen Fronts geflogen. Und heute waren sie vor Gericht und wir sind die Ersten, die exklusiv darüber berichten. Ein Spaß, aber wir gehen rein und treten nach. Ab geht's. Also, wir waren vorm Landgericht Hamburg und haben Klage eingereicht gehabt gegen Shoyoka. Wir haben vier Anträge gestellt, soweit ich das jetzt gerade aus dem Kopf weiß. Und diese vier Punkte wurden vor Gericht heute thematisiert. Die Kammer wurde geändert tatsächlich. Ganz am Anfang, ihr erinnert euch ja, als es angefangen hat, das war ja schon letztes Jahr, glaube ich, oder so, da war zuerst auch derselbe Richter zuständig, der auch beim Lindemann den Fall gemacht hatte. Bei diesem Gerichtsprozess allerdings waren dann jetzt, also es wurde geändert, und bei diesem Prozess waren drei Frauen dort und die alte Kammer war es nicht mehr. Deswegen war es nicht der Lindemann-Richter und Co., wie ihr das ursprünglich gedacht hattet. Nun ja, jedenfalls... Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht schon mal. Also die gute Nachricht daran ist, dass wenn Skiros jetzt das Ding abräumt und gewinnt, dann ist die gute Nachricht, dass Shoyoka es nicht auf Frauenfeindlichkeit schieben kann. Das ist schon mal gut. Schlecht ist natürlich auf der anderen Seite, ich meine, es sind drei Frauen. Was haben die in einem Gerichtssaal zu suchen? Frauen sind wie Hunde. Ist das... Steht das Essen schon auf den Tisch? Was haben die für eine Expertise? Diese Frage stelle ich mir. Außer den Kochlöffel zu schwingen. Gib der Frau doch keinen Hammer in die Hand. Das kann doch nur schief gehen. Das kann doch nur schief gehen. Verdammte Kiste. Bitte klippt das nicht für Shoyoka. Hat die Verhandlung per Video stattgefunden. Komplette Katastrophe. Also Deutschland und... Du hast natürlich absolut recht, ja. Das ist ein absolut berechtigter Punkt, den du hier reinschreibst. Der hat gerade jemand reingeschrieben. Ja, es spielt ja keine Rolle. Nee, also der Kollege heißt, das muss ich mal hier outcallen. Alemanischer Revolusa. Er schreibt, hä, Frauen können auch frauenfeindlich sein. Woman for Trump. Das finde ich so stellvertretend für Shoyoka. Selbst für den Fall, dass eine Frau ihr mal widerspricht, kann die immer noch frauenfeindlich sein, weil die ist ja dann Woman for Trump. Also Shoyoka hat sich für jedes Szenario irgendwie einen Ausweg gebastelt in ihrem verkorksten Gehirn. Es ist Vogelwild. Wirklich. Also für immer einen Ausweg parat, dass alle anderen schuld sind, aber sie selber nicht. Ups. Dafür steht Shoyoka mit ihrem Namen. Das Gerichtssystem mit Videoverhandlungen, dass sie da Programme nutzen, die gar nicht mehr geupdatet werden. Skype for Business. Also nicht mehr Microsoft Teams wurde genutzt. Wirklich katastrophal. Mitten in der Verhandlung. Mitten in der Verhandlung. Der Einwalt fliegt raus. Bruder, Skype ist so scheiße. Skype ist so scheiße. Ich weiß nicht, wer im Jahr 2024 noch unironisch Skype benutzt. Das kann man vielleicht machen, aber nur, wenn man weiß, dass es nicht viel bessere Alternativen gibt. Skype war ja damals schon so laggy. Ich weiß noch. Meine Schwester war in Kanada. Die hat da ein Auslandsjahr gemacht. Und alter, diese Skype-Calls, die waren... Also da hat gar nichts gepasst. Einmal nach Keudum, Digga. Schmutz. Scheiß drauf. Und jetzt stell mal vor, du willst da noch eine Gerichtsverhandlung abhalten. Es ist ja also eine totale Katastrophe. Raus. Der fliegt raus. Disconnected. Kamera aus. Meine Kamera konnte man nicht auswählen. Man konnte nur eine auswählen. Es ist wirklich super schlecht gewesen. Dann redet der eine und der andere redet auch. Der hört aber ihn nicht, wenn er redet. Also wenn die Richterin redet, hört die das nicht, wenn der redet, weil das System von Skype so ist, dass man es dann nicht richtig hört. Und das ist so schlecht gewesen. Der Rechtsanwalt von Schuyoka, Müller-Römer, meiner Meinung nach sowas von unprofessionell. Das habe ich in all meinen Prozessen noch nie erlebt. Ich meine, die Anzeichen vorher, die waren ja schon mal... Also ich meine, der hat ja nicht vorher mit Anzeichen gegeizt, dass er vielleicht meiner Ansicht nach ein bisschen... Muss mich hier vorsichtig ausdrücken, weil wir sprechen hier über einen Anwalt, ne? Nicht, dass wir ihm Raum für Abmahnung geben. Weil er zieht sich ja teilweise Abmahnungen aus dem Hut, die echt lächerlich sind. Ja, da geben wir ihm kein valides Futter. Das ist ja wirklich das Ding, wer damals schon diesen Bericht auf seiner eigenen Seite gesehen hat von Müller-Römer. Der hat die Vorzeichen schon erkannt, dass die Zukunft dunkel wird. Mit Schuyoka vor Gericht. Dass es unterhaltsam und dunkel wird. Verdammte Kiste. Also der war ja so schlecht, dieser Artikel. Ist unfassbar. Ich habe noch nie einen solchen unprofessionellen Anwalt, was reines menschliches Verhalten alleine angeht. Aber das war nur meine persönliche Wahrnehmung. Alter Schwede. Ja, ich habe mir überlegt, auch wegen der ganzen Tonqualitäten und so, die sollen das nächste Mal einfach auf GTA New Life kommen. Dann modden wir ein Gerichtsgebäude in der MBLO, dann sollen die sich da reinstellen. Modet Kleidung rein, alle in Teamspeak, zack, zack. Selbst da ist die Qualität besser. Und dann machen wir das IC demnächst, die Gerichtsverhandlungen. Ich möchte, bevor ich euch über das Ergebnis informiere, also der Prozess selber lief sehr standardmäßig ab und spektakulär. Also die Richterinnen, alle drei, haben direkt eigentlich gesagt, was Sache ist. Die haben direkt gesagt, wie sie das Ergebnis im Endeffekt sehen werden. Also es gibt jetzt noch kein Urteil, aber bei Prozessen ist es so, dass im Prozess die Tendenz gezeigt wird. Und das wird am Ende auch das Urteil in aller Regel werden. Und die haben wir einfach direkt losgelegt. Das heißt, da kam wenig von der Gegenseite noch von meinem Anwalt so richtig als Einspruch zwischendurch. Also ab und zu kamen da mal ein paar Sätze, aber wirklich eigentlich egal. Ist nicht so wichtig gewesen. Und bevor wir jetzt aber über das Ergebnis sprechen, also was da gesagt worden ist, also was am Endeffekt auch das Urteil werden wird, möchte ich erst einmal, dass ihr für diese Sache selber Richter spielt. Wir spielen quasi ein Rollenspiel. Kennt ihr ja von mir. Ich bin ja GTA-P-Streamer, meine Freunde. Ich stehe auf Rollenspiele mit Skiros. Ich liebe sie. Mach nichts lieber, außer Rollenspiele mit Skiros zu spielen. Ja. Oh ja, lass uns ein Rollenspiel machen. Du bist der Casino-Streamer und ich bin der Button, auf den du immer wieder raufdrückst. Und zwar immer heftiger. Das ist so unangenehm zu gucken. Ich möchte jetzt euch einmal was fragen, weil es auch mit den Anträgen zu tun hat, die wir eingereicht haben. Du darfst mich alles fragen. Also, wir haben vier Anträge gestellt. Der erste Antrag war, dass sie nicht mehr behaupten darf, dass ich ihr ins Dekolleté gefilmt habe, dass das quasi, dass sie die Art und Weise, wie sie es gesagt hat, also ihr kennt ja ihre ganzen Aussagen, sei es jetzt aus ihrem Twitter-Post, aus ihren Streams oder von früher oder wie auch immer, wie sie es zusammengefügt hat, das wollten wir ihr verbieten, dass sie das nicht mehr sagen darf. Also, wir hätten keine Probleme damit gehabt, wenn sie von Anfang an gesagt hätte, ey, ich fühle mich belästigt, irgendetwas. Sondern sie hat ja gesagt, ja, hier, der hat mir ins Ausschnitt gefilmt, der hat dies und das gemacht. Und dann gab es natürlich noch andere Sachen. Auf Twitter hat sie was anderes geschrieben. Dann hat sie 2020 was anderes dazu gesagt. Da hat sie ja noch von sexistischen Belästigungen geredet. Und das wollten wir ihr verbieten. Dann war die zweite Sache, dass wir ihr verbieten wollten, dass sie sagt, es gäbe noch andere InfluencerInnen, die da irgendwie betroffen gewesen sind. Ihr erinnert euch. Sie hat ja gesagt, irgendwie, dass andere Frauen da mit belästigt worden sind von mir, die sich da auch gemeldet hätten. Dann drittens wurde untersagt, diese Begründung, dieser Vorwurf mit, dass die Brüste Hände schütteln soll, dass die Brüste wackeln, damit ich mehr Klicks bekomme. Also das war ja die Spitze des Eisbergs. Also ich würde fast schon der Punkt, der spielt ja schon in den ersten mit rein. Also der ist ja im Prinzip der Punkt, der die Belästigung beschreibt. Also wenn man sagt, okay, das ist meine Meinung dazu. Wenn man sagt, also die Person hat mich belästigt, dann geht auch keiner von sexueller Belästigung aus. Aber wenn man sagt, diese Person hat mich belästigt und dann genauer ausführt, logischerweise. Und das finde ich krass, wenn das hier anders gewertet wird. Und man führt genauer aus. Ja, der hat gesagt, ich soll meine Brüste wackeln, damit er mehr Klicks bekommt. Dann ist das ja per Definition sexuelle Belästigung. Ja. Oh, komm mal raus, du Ding. Da kann man sich dann auch nicht mehr rausreden, jahrlang. Ja, ich habe ja nur gesagt, der hat mich belästigt. Wenn man es genauer ausgeführt hat, was eindeutig auf sexuelle Belästigung hinführt. Also ich finde das sehr, sehr hart. Das ist halt wieder typisch, das kleine Shuyoke 1x1 in Sachen Ausreden. ...thematisiert. Ich glaube, da war ja auch dieser Möchte-Gendave als Zeuge von denen ihrer Seite geladen. Glücklicherweise hat er das gerecht gesagt, auf keinen Fall. Irrelevant. Mit anderen Worten. Geil, wenigstens hat das Gericht dort mal in der Hinsicht mal nachgedacht. Das ist ja so wichtig und richtig. Ups, Entschuldigung. Das ist ja so dreist. Imagine Dave. Dave sollte ja nach meiner Information der Zeuge sein, welcher aussagt, dass er damals eine Chat-Nachricht gesehen hat, die geschrieben hat, ey, zeig mal deine Brüste. Und das war einer deren Hauptpunkte. Klar, klarer als klar. Das war, das war, das war einer deren Argumente. Von Shuyoka. Also auf dem Level bewegen wir uns argumentativ, dass Dave damals im Chat irgendwas gesehen hatte und der sagt jetzt aus quasi als Kronzeuge oder so. Es ist, es ist vogelwild. Und der vierte Punkt war, dass sie mich nicht mehr Nazi-Trollen nennen darf. Darauf haben wir sie auch zur Unterlassung aufgefordert und das Gericht hat eine Entscheidung getroffen, aber jetzt kommt erst mal das Experiment. Ich frage euch erst einmal, beim ersten Punkt, wo wir abgemahnt haben, dass der gewöhnliche Zuschauer darunter versteht, wie sie es beschrieben hat, dass wir hier von sexueller Belästigung reden. Und das ist meine Frage an euch. Empfindet ihr ehrliche Meinung, so wie Shuyoka es beschrieben hat, dass ihr darunter versteht, dass sie mich, dass sie mir sexuelle Belästigung vorwirft? Ist das eure Wahrnehmung gewesen? Weil wir reden von dem sogenannten Ja. Wenn man das betrachtet, was sie in den Zeitraum gesagt hat und eins zu eins zusammenfügt, ist es eindeutig sexuelle Belästigung. In meinen Augen. Durchschnittsrezeptenten, ich kann das Wort nicht so gut aussprechen, das ist das, worauf es dann halt immer ankommt. Okay, ihr sagt ja. Okay. Dann habe ich jetzt die nächste Frage. Hat Shuyoka Beweise geliefert und oder ist öffentlich irgendwo bekannt, dass ich andere Frauen belästigt haben soll? Okay, es wird jetzt langsam Zeit, mit meinen Weigen zu brechen. Skrulls hat meine Ex-Freundin belästigt. Kein Spaß. Jetzt kommt der Turning Point, wo ich mich oute, dass ich eigentlich zu Shuyoka gehöre. Jetzt falle ich euch ein in den Rücken, ihr Schweine. So unnämlich. Nein, okay. Dann die nächste Frage. Denkt ihr, es ist wahr, dass entweder ich oder ein Zuschauer geschrieben hat, ähm, hier, sie sollen mit den Brüsten wackeln, das wäre gut für die Klicks und deswegen hätte ich die Handlung vorgenommen, indem ich sie gefilmt habe, dass ich sie deswegen gefilmt habe? Oder irgendwie sowas ähnliches in dem Zusammenhang von dem, was ihr da gehört habt? Irgendwie irgendwas ähnliches in diesem Zusammenhang? Nein, es war einfach nur, äh, er ist ihr auf der Gamescom irgendwie, äh, über den Weg gelaufen, ne, dann haben die kurz mit einem Selfie-Stick oder was auch immer das war, haben sie kurz gequatscht, sich die Hand gegeben und dann ist sie weitergegangen. Das hatte überhaupt keinen sexuellen Hintergrund. Also alles Sexuelle, was da reininterpretiert wurde, kam von Kirchow, der da irgendwie einen Ring drum gemacht hat und gesagt hat, da ist ja das Dekolleté im Bild. Ja, guten Morgen, wie soll man denn eine Frau, die Dekolleté zeigt und sie mitten im Bild ist? Wie soll man denn, also, wie soll man denn das live im Stream zensieren? Es ist ja, also komplett lost. Das ist einfach nur völlig random shit. Da ist ein Zuschauer, ich, und dass das dann auch so passiert, ist irgendwas. Nein. Okay. Dann der nächste Punkt und der letzte Troll, gut, das ist wahrscheinlich sowieso Ansichtssache. Das ist ein guter Punkt, White Diamond. Er schreibt, naja, seinen eigenen Zuschauer zu fragen, das kann er sich auch sparen, Zeitverschwendung. Stimmt. Ja, die eigenen Zuschauer, die seit Monaten auf deiner Seite sind, die werden auch logischerweise das Narrativ vertreten, was du vertrittst. Also, wäre interessanter gewesen, hätte eine allgemeine Umfrage gemacht, wo auch Leute außerhalb seiner Community hätten teilnehmen können. Aber ist auch unrealistisch, weil logischerweise erreicht er mit dem Post ja auch nur Leute, die ihm folgen. Das sind ja im Schnitt dann auch Leute, die sein Narrativ vertreten. Wirklich aussagekräftig ist natürlich die Umfrage, die er hier macht, natürlich nicht. Aber das ist ja auch nicht sein Ziel, jetzt hier eine krass aussagekräftige Sache rauszuhauen. Findet ihr es gerechtfertigt, ehrliche Meinung, dass man mich als einen Nazi-Troll bezeichnen darf? Ich sage nein. Findet ihr es ausdrucksweise gerechtfertigt für meine Person? Gibt es aus eurer Wahrnehmung? Also da muss man schon sehr viel mit einer Brechstange herein interpretieren. Man kann ihn sicherlich für einige Sachen kritisieren, wenn man denn möchte, für Casino-Zeugs oder 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 dass er mal irgendwie What is a Woman geguckt hat. Also ich finde es jetzt nicht dramatisch, aber es gibt ja Leute, für die ist das ein Todesurteil, wenn irgendwer diese Doku guckt im Stream, um Gottes Willen, die kann er nur. Aber daraus abzuleiten und unironisch zu sagen, er wäre ein Nazi-Troll ist hart. Irgendein Anhaltspunkt, dass ihr sagt, doch Nazi-Troll und so, damit kann man dich in Verbindung bringen. Sehr gut. Ja, ich wollte das erstmal jetzt hier nochmal diskutiert haben. Ihr wisst ja auch, dass Shoyoka gesagt hat, sie gewinnt diesen Fall zu 100%. Das wird sehr, sehr easy gegen mich zu gewinnen und sie hat auch in die... Das wäre nicht das erste Mal, dass sie sich irrt. Ey, die Frau, die hat ein Selbstbewusstsein, das ist unfassbar. Also wirklich. Wie kann man selbstbewusst ständig so viel Unsinn und Scheiße labern? Es ist also eine Eigenschaft, die ist an ihr wirklich anmatcht. Jeder andere wäre mit den Widersprüchen, die Tag für Tag aufgedeckt werden, bei ihr schon daran zerbrochen. Die Frau, die juckt das gar nicht. Seht sie euch an, die Kleine ist doch seltsam. Die blendet es einfach aus und tut so, als hätte sie sich nie widersprochen. Ist so herrlich. Ich habe schon gesehen, es kamen jetzt Tweets von Dave online, die das jetzt umdrehen und sagen, Skiros hätte die ganze Zeit gesagt, er gewinnt das Save und so 100%. Aber Skiros war immer die Person, die gesagt hat, vor Gericht kann alles passieren. Er denkt, er hat gute Karten, aber vor Gericht kann alles passieren. Das war Skiros Standpunkt. Ich glaube, das hat jeder von euch mitbekommen. Einzel in den Chat, wer das mitbekommen hatte. Skiros war jetzt nie der, der jetzt ständig gesagt hat, er haut alle um und er macht sie fertig. Shuyoka war die Person. Shuyoka war genau die Person, die immer eine große Fresse hatte. Und ich werde es euch anzeigen. Und bla 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 und pipapo. Das ist immer Shuyoka gewesen. Sag mal, wie kann man denn die Wahrheit schon wieder so verdrehen? Verdammt nochmal, Dave. Was ist deine scheiß Mission, Junge? Im Discord mal gepostet. Ich lasse das mal hier irgendwo einblenden. Skiros bereitet seine Zuschauer schon auf seine Niederlage vor und sagt, dass er auch... Zorre schreibt, das ist kein Selbstbewusstsein. Ein Selbstbewusster kennt seine Grenzen und seine Stärken und seine Schwächen. Er sich seiner bewusst, okay. Show Yoga hat eine übersteigerte Selbstwahrnehmung. Mir fallen noch ganz andere Wörter ein, um ihr Verhalten zu beschreiben. Aber die Wörter darf ich nicht sagen. Deshalb lassen wir das einfach mal. Wer dann eventuell ableistisch oder so. Verlieren könnte. Also, selbstverständlich sage ich, dass wenn man einen Prozess führt, gerade wenn es um Meinungsäußerungen geht, um das Äußerungsrecht geht, das gewinne ich zu 100%. Weil vor Gericht ist alles möglich. Ihr könnt jeden Anwalt da draußen fragen. Das hat er schon öfters gesagt. Es passieren manchmal ganz komische Dinge einfach. Zumal jedes Gericht ist auch unterschiedlich wertet. Deswegen sucht man sich ja auch sein eigenes Gericht oftmals aus, wo man eine negative Feststellungsklage einreicht und oder eine Unterlassung. Nun ja, wie dem auch sei. Ich habe das deswegen gemacht, weil es mir ja klar war, dass es immer schief laufen kann. Kleiner Spoiler. Shoujo hat nicht, wie sie behauptet hat, zu 100% easy gewonnen. Ich habe auch nicht zu 100% gewonnen. Ich möchte, dass ihr aber jetzt erst einmal ratet, was ihr glaubt, welchen Punkt ich gewonnen und welchen ich verloren habe. Wir fangen mit dem ersten Sache an. Glaubt ihr, das Gericht hat die Tendenz gegeben, dass ich gewinnen würde in Bezug darauf, dass es ihr untersagt ist, zu behaupten, dass ich ihr einen Ausschnitt gefilmt habe und diese ganze Art und Weise, wie sie es gemacht hat, dass beim Durchschnittsrezeptienten angekommen ist, dass sie mich sexuell belästigt haben soll, auch wenn sie es selber mit den Worten nicht gesagt hat. Glaubt ihr, den Punkt habe ich gewonnen? Diese Stelle habe ich schon mitbekommen. Das war genau die Stelle, wo ich eingeschaltet habe und er hat es nicht gewonnen. Und das finde ich ein Unding. Das finde ich echt ein Unding, dass er das nicht gewonnen hat. Das ist echt hart. Okay. Also einige schreiben auch verloren. Die meisten sagen aber ja. Der zweite Punkt. Glaubt ihr, den zweiten Punkt habe ich gewonnen, in dem Shulioca behauptet hat, es gäbe andere InfluencerInnen, die sich über mich beschwert hätten, dass ich sie auch belästigt hätte und bla bla bla? Gewonnen. Okay. Ja, ein paar kleine Nines, weniger Nines als beim ersten. Okay. Der dritte Antrag. Glaubt ihr, wir haben den dritten Antrag, Tendenz, dass wir den gewonnen haben oder also gewonnen oder verloren für, dass jemand im Chat oder ich oder ich dieses mit den Brüste wackeln? Das ist so ein dummer Punkt. Ich muss ehrlich sein, ich verstehe den Punkt nicht mal. Also was hat ein Screwroaster abgemahnt? Ich hoffe, er geht noch genauer darauf ein. Glaubt, ich habe das gewonnen. Okay, es sind schon einige mehr Nines. Ich glaube, es sind sogar die meisten Nines. Das ist jetzt einfach nur so optisch selbst geschätzt. Okay. Und der letzte Punkt. Nazi-Troll, dass wir ihr das untersagt haben. Glaubt ihr, das Gericht hat ihr das unterbunden? Also glaubt ihr, sie wird das, also sie darf es, hat das Gericht ihr das unterbunden, denkt ihr? Frage ich nur so. Denkt das Gericht, hat ihr das unterbunden? Boah, Nazi-Troll, das ist immer schwierig, weil wie gesagt, Yoga darf ja auch sagen, dass KuchenTV Rechtsradikale unterstützt. Also seitdem, vom Bauchgefühl her, würde ich sagen, nö. So, nö. Also ich habe die Auflösung von den Sachen noch nicht gesehen, nur die Auflösung von dem Ersten. Also ich sage nö. Also ich hoffe ja, also ich hoffe ja, weil es ist ja offensichtlich an den Haaren herbeigezogen. Schwierig zu sagen. Okay, die meisten sagen nein. Okay. Gut. Dann fangen wir, wo fangen wir an? Sollen wir direkt bei der Niederlage anfangen? Also, ich möchte schon mal vorab sagen, Leute, selbstverständlich gehen wir in Berufung. Na, selbstverständlich gehen wir in Berufung. So nämlich. Das ist mein Mann. Wir haben natürlich noch Schriftsatznachlass, also hat die Gegenpartei und wir können natürlich zum geltenden Recht immer Vorträge noch machen. Das werden wir auch machen, weil wir der Meinung sind, dass das Gericht auch einige Punkte hier nicht beachtet hat. Wir sind auch der Meinung, dass es auch einen Widerspruch gab vom Gericht. Dazu dann auch gleich mehr. Und, ja, ich muss nur aufpassen, was ich sage, Leute, weil ich bin selber ja kein Jurist. Deswegen muss ich mich sehr vorsichtig ausdrücken. Ich bin ja selber nur Laie und man darf auch nichts durcheinander werfen. Das kann immer ein bisschen enden am Ende des Tages. Deswegen habt da bitte ein bisschen Nachsicht. Auch die ganze Zeit, wie ich etwas hier formuliere. Kein Problem, Skiros Abi. Gut. Abi, jetzt gib uns den Gossip. Ja. Das Gericht hat vorläufig festgestellt beziehungsweise gesagt, dass Shuyoka es nicht zu untersagen ist, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Okay, aber das ist ja auch logisch. Also natürlich darf sie sagen, sie hat sich selbst belästigt gefühlt. Das ist ja klar, weil das ist ein subjektives Empfinden. Aber der springende Punkt ist im Prinzip, darf sie das, also darf sie diese Dinge behaupten mit hier zeig mal Brüste und sonst was. Also, das ist jetzt schwierig, weil im Prinzip kann man ja nur Zitate abmahnen. Und wenn man dann das Zitat er hat mich belästigt abmahnt, dann muss man ja erst mal beweisen, dass sie damit sexuelle Belästigung gemeint hat. Aber das kann man ja theoretisch anhand von den Tweets. Aber theoretisch, nur die Aussage, er hat mich belästigt, das dürfte sie, also natürlich weitersagen. Das ist ja eine subjektive Wahrnehmung. Auch wenn es natürlich, also in meinen Augen keine Belästigung war. Die haben sich da auf der Gamescom begegnet, jeder hat das Video gesehen, er hat halt gefilmt, ja, für seinen Livestream und dann haben die sich halt Hallo gesagt und kurz geschnackt und dann ist sie weitergegangen. Ist in meinen Augen keine Belästigung, aber keine Ahnung. Shuyoka fühlt sich anscheinend bei allen Sachen belästigt, ja. Sie fühlt sich ja auch von jeder zweiten Sache, die ihr passiert, retraumatisiert. Warum auch immer. Aber jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht auf jeden Fall, weil, okay, es war klar, dass sie immer noch sagen darf, dass sie sich belästigt fühlt. Logischerweise. Die Frage ist halt, es hat halt auf den Außenstehenden gewirkt, als wäre es sexuelle Belästigung, meiner Meinung nach. Shuyoka kann also weiterhin behaupten, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Das Problem ist halt nur, was wir hier sehen. Also das Gericht hat, Moment, das Gericht hat halt auch gesagt, ja, also sie wurde ja gefilmt, ne, und im Endeffekt, man sieht sie ja. Also sieht man auch ihr Dekoté, man sieht ihr Top, man sieht ihre Hose, ne, man sieht sie, sie ist im Bild. Und deswegen kann es sein, dass sie sich belästigt gefühlt hat und deswegen darf sie das so sagen. Weil auch, wir haben ja da gesagt, Digga, es kommt doch beim Zuschauer ganz anders an und das Gericht hat gesagt, nein, der Zuschauer kann keinen Zusammenhang herstellen aus den Aussagen, die sie sonst von früher zum Beispiel getätigt hat, aus anderen Streams, mit den heutigen. Also, wenn sie von 2000 hä, sie hat doch aber dann danach auf Twitter gepostet und das nochmal ausgeführt und gesagt, hier, ne, der hat, der hat dann auch das gesagt, hier, wackel mal mit deinen Möpsen für die Klicks. Das hat sie doch danach selbst auf Twitter gepostet. Das war doch auf die Situation bezogen. Oder ne, das war bezogen, dass sie sich nochmal irgendwo begegnet sind, wo er das gesagt hat. Also, sie hat es doch zugegeben, dass sie sich dadurch belästigt gefühlt hat, also, so habe ich es wahrgenommen, sie hat es doch bestätigt, dass sie sich dadurch belästigt gefühlt hat, dass er gesagt hat, hier, wackel mal mit den Möpsen für die Klicks und sonst was und das ist doch nun mal sexuelle Belästigung. Also, wenn das nicht sexuelle Belästigung ist, was denn dann? 2020 von sexistischen Äußerungen geredet hat, sexistischer Belästigung geredet hat, könne der Zuschauer heute nicht den Zusammenhang schließen aus 2020 und das kombinieren und deswegen sind die Aussagen quasi wie alleine da gefühlt. So habe ich das wahrgenommen, wie das gesagt wurde. Und dann habe ich mich nur gefragt, bitte was? Wie ist das? Der Zuschauer verfolgt das doch. Der Zuschauer, der kann doch recherchieren, der kann doch, so, naja, wir wollen jetzt nicht so viel darauf eingehen. Das war der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, sie darf nicht behaupten mehr, dass es auch andere Frauen gab, weil sie halt von sich reden darf, dass sie sich belästigt gefühlt hat. Sie darf aber nicht behaupten, dass es andere Frauen gab, die belästigt worden sind. Ja, das stimmt jetzt aber nicht. Also, Shuyoka spricht grundsätzlich für alle Frauen auf dieser Welt. Shuyoka ist das Sprachrohr für alle marginalisierten Gruppen. Was sie sagt, das ist Gesetz für alle anderen Gruppen. Verdammt nochmal. Das kann doch nicht so schwierig zu verstehen sein. Die Frau ist das Sprachrohr einer ganzen Generation. Zumindest wäre sie das gerne. Sind die es nie gegeben hat und oder irgendwelche Aussagen von Family Kate schreibt, bitte nicht, sage ich als Frau. Ich denke mir, das sagen viele Frauen. Alles, was sie in diesem Zusammenhang gesagt hat, das Gerichter geht nicht. Der dritte Punkt, also, dass da mit der Hände schütteln, die Brüste sollen wackeln, das wäre gut für die Klicks, ist auch verloren für sie. Das habe ich auch gewonnen. Und der letzte Punkt, der Nazi-Troll, da hat das Gericht gesagt, da sind wir uns noch unschlüssig. Ob das der Meinungsfreiheit unterliegt, sowas jemandem zu sagen, weil wenn, sie haben das so ein bisschen so dargestellt, ja, also wenn sie da ihre Anhaltspunkte hat, aber ja, andererseits ist es natürlich auch schon ein heftiger Begriff, deswegen, wir sind uns da schon unschlüssig und ja, wir haben halt so ein bisschen das Gefühl halt, dass das Gericht zu sehr wertet, dass sie alles sagen darf, wenn sie das fühlt, also wenn die Person, die die Sachen behauptet, die Sachen selber fühlt und so sieht, in ihrer Wahrnehmung, dann darf man alles behaupten. So kommt uns das vor. Also wir denken trotzdem, dass wir das Nazi-Troll-Dingen gewinnen werden. Also das wäre ja absoluter Quatsch. Also ich kann ja jetzt nicht einfach sagen, ich fühle mich so, Hajo jetzt Huchensohn zu nennen und dann ist das in Ordnung. Das macht ja gar keinen Sinn. Logischerweise, ne? Also weiß ja auch jeder, ne? Da muss man ja nur mal eine Sekunde drüber nachdenken, ne? Man muss schon knackige Anhaltspunkte dafür haben, um dann zu dem Entschluss zu kommen und das vor Gericht argumentieren. Deshalb komme ich zu diesem Entschluss und dann muss es noch halbwegs plausibel sein. Aber nicht, weil mein Bauchy Bauchy sagt, der Typ ist ein Nazi-Troll. Hajo antwortet jetzt gerade hier im Chat, er schreibt, J.Widdle77 Drecksack. Hajo, hast du auch Punkte, warum ich ein Drecksack sein soll oder war das einfach gerade dein, war das dein Gefühl? Wenn du Punkte dafür hast, konkrete, dann halt bitte die Fresse. Wenn das dein Gefühl war, alles in Ordnung. Wir sind hier in Deutschland, da ist das in Ordnung, wie wir sehen. Wenn das dein Gefühl ist, du duschst sehr selten. Lixer. Also das Gericht hat auch verstanden, dass das natürlich, wenn man das über das Wort Nazi-Troll redet und das Wort beinhaltet, das Wort Nazi, reden wir schon von krassen Sachen, ne? Deswegen hat das Gericht auch definitiv gesagt, also ich hatte den Eindruck, dass trotzdem das Gericht uns auch hier dem Punkt zusprechen wird. Ist aber eher so ein 55 zu 45 Ding. Vielleicht wird das aber auch in der Urteilsbegründung ein 100% Ding werden im Sinne von, Digga, das geht gar nicht. Was da gesagt wurde, wie gesagt, da ist das Gericht sich unschlüssig. Das heißt, weder das eine noch das andere. Nichtsdestotrotz, Leute, es ist ganz egal, ob ich... Hag Barzellin schreibt, echt schwierig, niemand kennt eine Definition von Nazi-Troll. Das kann jeder für sich definieren. Also kann das keine Tatsachenbehauptung sein. Kommt jetzt darauf an, ob das Gericht das als Formalbeleidigung wertet oder nicht. Nazi-Troll ist, also definitiv eine Formalbeleidigung oder nicht? Das ist ja wie, wenn ich, wenn ich, wenn ich wen Hurensöhnchen nennen würde. Ich hab ja nicht Hurensöhn gesagt. Ist jetzt, ist jetzt, ist jetzt Hurensöhnchen eine Formalbeleidigung? Das macht es ja nicht weniger beleidigend. Ne? Also er wird hier mit Nazis in einen, in einen Topf geworfen. Ne? Nazi-Troll. Weiß ich nicht. Das wäre eine schwache Begründung, finde ich, von dem Gericht, wenn sie jetzt so kommen würden. Es ist ganz egal, ob ich jetzt auch mehr gewonnen habe. Motivele Sarkasmus schreibt, J-Rude 7-7, aber was soll ein Nazi-Troll sein? Das ist ja mehr ein Fantasiebegriff. Nazi-Troll könnte ja auch bedeuten, dass man sich über Nazis lustig macht. Beziehungsweise die Nazi-Troll. Ja, aber das ist ja offensichtlich nicht damit gemeint. Ne? Es ist ja jedem klar, was damit gemeint ist. Es hat es ja nicht positiv gemeint, dass er Nazis trollt, logischerweise. Also mit Nazi-Troll ist offensichtlich gemeint, er ist die Nazi-Person und er trollt Leute mit seiner Nazi-Haftigkeit. Also so würde ich das jetzt deuten. Ja? Oder im besten Falle würde ich es wahrscheinlich so deuten nach dem Motto, er ist kein Nazi, aber er trollt ein bisschen wie einer. So, das wäre so die bestmögliche Definition, die ich daraus ziehen könnte, für mich persönlich. Also Nazi ist an sich schon eine ziemlich heftige Einordnung, ne? Und man könnte jetzt auch nicht sagen, so, was kommt hier? Sant Gafin schreibt, ich finde es auch extrem daneben, dass Shuyoka Mitashi als transfeindlich und Frauenfeindlichkeit annennt. Boah. Ey, die ist so durch, die Frau. Die ist so durch. Äh, ist das wild. Ist das wild. Wann hat sie das denn gesagt? Mitashi reagiert ja auch ab und zu mal auf meine Videos. Er hat ja eigentlich gar nichts mit der Shuyoka-Thematik am Hut, außer dass er über meine Videos ab und zu mal da, äh, da sich drüber beömmelt. Ist das dumm. Aber ich könnte ja auch jetzt nicht mir ein Fantasiewort ausdenken und jetzt sagen, du, du bist eine Hurensohn-Parade. Dieses Wort gibt es auch nicht. Du bist ein Hurensohn-Troll. Ne, dann kann ich ja nicht vor Gericht sagen, nö, nö, ich hab ihn nicht Hurensohn genannt. Ne, das ist ja ein Fantasiewort. Das macht ja auch gar keinen Sinn. Wie gesagt, also da bin ich wirklich gespannt auf das Urteil. Er hat auf Twitter gegen sie geschossen. Was hat Mitashi auf Twitter geschrieben? Im Prozess, denn ich werde ja in Berufung gehen, wie ich schon sagte. Das heißt, der ganze Fall wird neu aufgerollt. Der ganze Fall wird neu gemacht. Und ich mach das deswegen, weil selbstverständlich ist mir klar, dass auch das OLG, genauso wie beim LG, es sein kann, dass es Richter gibt, die sagen, oder in dem Fall die drei Damen, die das entschieden haben, die sagen, ja, also ist eine Meinungsäußerung. Wir sehen das trotzdem nicht so, weil wir der Meinung sind, der Zuschauer kann sehr wohl 2020 und 2023 zusammenordnen und die Streams und die Twitter-Beiträge zusammenführen und checken, was sie mir da unterstellt und den Zusammenhang machen. Und ich denke, man muss ja auch mit einbeziehen, die Leute, die die Thematik beleuchten, die gucken ja auch die Videos dazu von zum Beispiel KuchenTV und da wird das ja zusammengetragen, logischerweise. Es ist ja klar, was sie damit gemeint hat. Dass es auf jeden Fall sehr gute Chancen gibt beim OLG. Ich denke auch, ich werde gewinnen, auch wenn ich es nicht sagen werde. Also ich bin mir eigentlich eher sicherer, dass ich gewinnen werde beim OLG, als dass ich verliere. Aber wir müssen einfach mal schauen. Natürlich könnte ich jetzt die anderen Sachen, die ich gewonnen habe, auch noch verlieren beim OLG. Aber auch da gab es selbstverständlich keine Beweise vor Gericht. Denn ihr erinnert euch auch noch, wo Shoyoka behauptet hat, sie hätte ja Beweise mit dem Management. Wisst ihr, wie manipulativ Shoyoka in ihren Streams gewesen ist? Sie saß da und hat gesagt, ja Leute, sein Manager, sein Management hat doch gesagt. Mitashi hat auf Twitter geschrieben, nein, du machst jeden wütend, der nicht kognitiv wie Forrest Gump durch die Welt läuft, lol. At twitch.de, warum habe ich sowas auf der App als Frontpage? Geiler Move, Mitashi. Ich dachte, Twitch ist gegen Hass jeglicher Art. Ach, herrlich. Was hat sie gesagt da? Kann ich das abspielen? Kann ich leider nicht abspielen. Ach, Junge, Junge, Junge. Mitashi, der Ehrenmann, hat sich auch mal geäußert. So nämlich. So, gehen wir weiter zu Skurus. ... sagt und bestätigt und sie vergisst die ganze Zeit, dass es auch ihr Management gewesen ist. Aber es hört sich halt krass an, wenn es so wirkt, wie die aus den eigenen Reihen wurde Skurus verraten oder die haben das behauptet. Sie vergisst halt, dass sie im selben Boot geschwommen ist. Sowas, sowas, sowas dreistes, also, wie gesagt, logischerweise, ne, klingt es in der Außendarstellung heftiger, wenn man natürlich sagt, sogar sein eigenes Management richtet sich gegen ihn. Ne, diesen Punkt hat er hier perfekt rauskristallisiert und genau dieses Framing, das macht sie öfters. Sie erwähnen natürlich nicht, okay, das ist auch mein, 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 ähm, ähm, es ist auch mein Management und ich hab denen das aus der Nase gezogen. Das, das erwähnt sie nicht. Ja, und das Management hat das eben nicht gesagt und das Gericht hat das auch eben nicht auf, äh, ausgelegt auf, dass andere Frauen ebenfalls belästigt haben, denn sie hat als Beweisführung aufgeführt, das müsst ihr euch mal überlegen, einen Screenshot, wo der Manager von uns geschrieben hat zu ihr, aufgrund ihrer Vorwürfe, aufgrund ihrer Vorwürfe, hat er dann geschrieben, ja, äh, wegen der ganzen Sache, pipapo, so sinngemäß, hat Skroos jetzt, äh, die, ähm, ist er mit sexuellen Belästigungsvorwürfen konfrontiert. Damit hat sie sich doch ins eigene Bein geschossen. Also damit hat sie sich ja unummeins Bein geschossen, ne, ich mein, weil der Manager ist ja so der Durchschnitt Zuschauer vielleicht, ja, und da wollte ja das Gericht absprechen nach dem Motto, nö, nö, der durchschnittliche Zuschauer sieht das nicht als Vorwurf der sexuellen Belästigung, der sieht das nur als Belästigung an, wie sie es gesagt hat. Der normale Zuschauer, der checkt den Kontext nicht, der offensichtlich da ist. Ja, aber nicht wegen anderen Frauen, liebe Shuyoka, sondern wegen deinen Aussagen. Und nicht, weil sich irgendwer gemeldet hat. Stark. so kleine Manipulatorin, kleine Lügnerin, will ich dir was erzählen, ich hab Beweise, erzählt ihr auch in ihrem Stream, ich hab mir Beweise angeregt. Dicker, der Screenshot hat genau das Gegenteil eigentlich belegt. Der Screenshot war voll das Eigentor. Ja? Und dann haben die auch noch die ganze Zeit versucht, irgendwie zu tricksen mit anderen Sachen, das werde ich mal vielleicht morgen erwähnen, ich will da jetzt lieber nichts sagen. Ich will da lieber nochmal meinen Anwalt fragen, bevor ich was Falsches sage. Aber ganz, ganz wild. Ganz, ganz wild. Na? Aber sie hat es auch ganz anders erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie lügt. Ach, übrigens, Shuyoka, wenn wir schon mal bei Klagen sind. Ich auch nicht. Wie gesagt, ich bin ja jemand, ich bin immer sehr vorsichtig mit Gewinnen oder Verlieren, aber du wirst, ich denke, Montag neue Post bekommen. Ich werde per 1-Wertiges Verfügung... Es geht schon wieder los. Das gibt Post. Dann wirst du neue Post erhalten. Und das wird ein hundertprozentiges Ding werden. Um welche Aussagen es da geht, werdet ihr dann sehen, Leute. Das ist wirklich next-level-shit. Sie hat, also, da gibt es genug Angriffsfläche aus den letzten Streams alleine. Ich meine, die hat ja gerade so krassen Meltdown. Also, da wäre man ja doof als Skroth, wenn man das nicht nutzen würde. Also, ich vermute, es ist in den letzten Streams entstanden, was er abmahnen möchte. Weil da hat sie ja, also, da komme ich ja nicht mal mehr hinterher. Ich höre nur immer so übers linke und rechte Ohr, was Shoyoka wieder für Unsinn gelabert hat und denke mir nur so, ach, eigentlich wird es mal wieder Zeit für ein Hauptvideo. Das ist wirklich, also, das ist Real Talk. Ich dachte, das ist schon krass. Wobei man sagen muss, das, was sie mir vorgeworfen hat, dann das bei Tobias und jetzt auch noch das. Crazy. Crazy. Genau, wir haben zwei gewonnen. Eins ist offen, wo wir trotzdem denken, dass das zu uns zum Gunsten ebenfalls entschieden wird, weil die Beweisführung, also, das ist auch so eine Sache. Also, Shoyoka beschwert sich ja auch immer die ganze Zeit darüber, dass mein Rechtsanwalt, Dr. Nick Sarafi, wirklich einer der besten Anwälte, die ich jemals gesehen habe. Also, ich selber, wirklich der Beste, den ich selber gesehen habe. Sie hat ja auch so viel Bullshit. Wir brauchen eine Realtime, satirische Einordnung der Shoyoka-Streams von dir. Ja, das Problem ist, dass sie ja sehr empfindlich darauf ist, wenn man auf ihre ganzen Streams reagiert. Ich würde ja, also, ich würde das gerne machen. Wäre bestimmt unterhaltsam, mal von Anfang bis Ende den Stream zu schauen, aber dann kackt sie mich an. Und darauf habe ich keinen Bock. Deshalb werde ich ab und zu auf Ausschnitte reagieren. Wenn ihr sagt, es gibt einen sehr guten Ausschnitt, auf den ich mal reagieren soll, sendet mir den gerne zu. Dann ziehe ich mir das rein, oder wenn es um mich geht, aber sonst ist es einfach nicht mehr zielführend. Es ist einfach nicht mehr zielführend. Es ist ja auch so eine Masse an Dingen geworden. Es ist ja wirklich teilweise auch sehr repetitiv. Also, manchmal, also, sie haut ja manchmal einfach dieselben Dinger immer wieder raus. Das ist ja typisch ihr Stream. Sie hat einen Punkt, der verdammt scheiße ist und den wiederholt sie 50 Mal. Dann kommt sie zum nächsten Punkt, der verdammt scheiße ist, den wiederholt sie 30 Mal und dann kommt sie wieder zum ersten Punkt zurück und wiederholt den nochmal 30 Mal. So ist, so ist ungefähr circa ein Shuyoka-Stream, basically. Achtet mal drauf. auch in der Vergangenheit immer über ihn geredet und auch immer dieses 200 Seiten, 200 Seiten. Ja, würde mal dein Müller-Römer vielleicht auch seine 200 Seiten schreiben, dann hätte er auch bessere Anhaltspunkte, Anknüpfungspunkte, so nennt man das nämlich. Die braucht man vor Gericht, um zu erklären, warum man etwas wie gesagt hat. Das ist der Grund, warum mein Anwalt Sachen ordentlich ausführt. Weil, was Shuyoka nicht versteht ist, du kannst nicht sagen, wenn dein Gericht zum Beispiel urteilt, Höcke darf man einen Faschisten nennen, kannst du nicht durch die Gegend laufen und jeden anderen auch einen Faschisten nennen, weil man da gesagt hat, das unterliegt der Meinungsfreiheit. Nein, das hat was mit sogenannten Anknüpfungspunkten zu tun. Also mit Aussagen, die jemand schon mal in der Vergangenheit getätigt hat, dass man sagt, basierend auf diesen Sachen sagt man das und das. Und deswegen tut das denn Dr. Nick Sarafi. Aber das versteht diese Dame nicht. Das versteht diese Dame nicht. Oder will es nicht verstehen. Und was ich euch auch noch sagen muss, also der Rechtsanwalt von Shuyoka, der wurde so oft, also so oft musste die Richterin sagen, jetzt reicht's, Ruhe jetzt. Wirklich, wie im Kindergarten. Halle, Julia. Wirklich. Aber der scheint gut zu Shuyoka zu passen. Also da haben sich zwei ähnliche Seelen auf jeden Fall gefunden. Die wissen beide nicht, wann gut ist anscheinend. Wirklich. Es war so unangenehm. Als Außenstehende. Ich hab mir das ja nur angehört. Ich denk mir so, oh mein Gott, würde sowas jemals gestreamt werden? Wer will das beauftragen? Na? Boah, schade, dass wir das nicht mitbekommen. Ich hätt mir das so gern angeguckt. Ich hätt mir das so gern angeguckt, diesen Gerichtsprozess. Einfach Müller-Römer, mein Action. Mein, mein bisschen was lernen als Nachwuchsanwalt, der ich bin. Von dem Besten lernen. Nee, also insgesamt trotzdem, Leute, zwei Aussagen gewonnen. Eine konnten wir nicht unterbinden und die andere ist offen. Ist ein 50% Dingen jetzt offen. Ich denke, das dritte gewinnen wir auch. Schuler hat zu 25% nur gewonnen und 25% sind offengelassen worden. Und wie gesagt, mir reicht das nicht. Ich werde trotzdem in die Berufung gehen. Ich will die 100% haben. Ich finde, das kann nicht sein. Weil meiner Meinung nach ist es halt, und kannst du nicht dich da hinstellen, weil wir haben auch, deswegen habe ich auch eben diese Umfrage hier gemacht. Die habe ich auch damals gemacht und die haben wir auch jeden anderen Mal gefragt, auch andere Streamer, wie die das sehen, wenn man über, wenn man ihr zuhört und überall in ihren Streams hört, was sie über mich sagt, ob man diesen Zusammenhang halt hat, dass sie, dass man darunter die sexuelle Belästigung versteht. Und die Zuschauer sagen, ja, wir verstehen das so. Deswegen, ich bleibe dabei, das darf ich auch sagen, ich bleibe dabei und deswegen werde ich das auch nach wie vor durchziehen, das Ganze. Wenn ein Gericht sagt, nee, weil man sich so fühlt, also wenn auch das Oberlandesgericht das so sieht, gut, dann ist es ihr Recht, das zu behaupten. Ich will aber nochmal kurz sagen, damit man das hier nicht vergisst. Das hat nichts mit dem Strafrechtlichen zu tun. Das ist jetzt irgendwie nicht so, dass nur weil sie das behaupten darf, ich irgendeine Straftat begangen habe oder verbrochen habe. Das ist nicht der Fall. Lasst euch da bitte nicht von irgendwelchen Idioten also irritieren. Ich meine, ihr habt alle das Video selbst gesehen. Na? Ihr habt alle selbst das Video gesehen. Na? Oh nein, ich kann es mir gut vorstellen, was Shuyuka jetzt tun wird, oder? Könnt ihr euch das auch vorstellen, wie Shuyuka jetzt durch die Stadt rennt und sagt, Skö, es hat mich belästigt. Ich darf es offiziell sagen, Sköos hat mich belästigt. Er hat mich belästigt. Hey, Herr Becker, wissen Sie schon, dass mich Sköos belästigt hat? Och nee, ah, ah, die wird das ja so auskosten. Ist ja so blöd. Na? Na? Hier, die hat meinen roten Punkt gefilmt, dann wird sie sich so einen großen roten Punkt tätowieren. Da hat sie, da, da hat er reingefilmt. Da hat er reingefilmt und ich konnte nichts machen, weil ich bin eine Frau. Ja, und KuchenTV dann so, Joa. Ich habe mich nicht strafbar gemacht und sie sexuell, das ist Schwachsinn. Es geht darum, weil halt Meinungsfreiheit sehr weit gedeckt ist, außer man redet natürlich über Corona oder über unsere Asylpolitik in Deutschland. Ähm, Meinung hat, die nur ein bisschen vom Mainstream abweicht. Alter Bruder, die Leute werden so sauer. Es ist so wild. Es ist so wild. Wir leben in harten Zeiten. Wir leben in harten Zeiten. Musst du halt sehr viel scheinbar über Dinge, über Leute behaupten. Das ist sehr, sehr... Ja, einerseits ist das ja auch gut, dass man insgesamt so was machen kann, also dass wir eine Meinungsfreiheit haben. Ich supporte das Ganze auch. Aber ich habe halt hier, ich sehe das genauso wie der Zuschauer, deswegen bleibe ich dabei, dass das, wie sie es konstruiert hat, eine andere Aussage ist, wie ich fühle mich belästigt. So wie die das vorgetragen haben, ja, meine Mandantin, bla, bla, bla. Klar, wenn sie sich so fühlt, dann soll sie das bitte aber auch so sagen. Nicht ohne Grund, finde ich, muss man ihr auch sagen, ich glaube, ich meine, ich denke und nicht eine Sache in den Raum stellen, die eine Art Tatsache darstellt. Und das war mein Hauptproblem. So, aber es ändert nichts daran, dass ich natürlich nichts verbrochen habe. das ist damit auch geklärt und ich denke, das Video zu releasen war sowieso wichtig. Mir war natürlich klar, ähm, dass, äh, dass, wie gesagt, sowas natürlich immer, äh, auch vor Gericht zu verlieren geht, weil vor Gericht kann man halt immer verlieren. Ja. Ist das soweit erstmal schlüssig, wie ich es erklärt habe? Ich finde das so dreist. Also ich habe es mir jetzt angeguckt und Dave hat einfach auf Twitter gepostet, äh, dass er, wie heißt er denn nochmal? Äh, ich glaube, ich muss mit einem anderen Account rein, wartet mal. Er hat geschrieben, nein, das ist jetzt auch noch der falsche, Dave. Ich lese es vor. Was Shoyoka nicht versteht ist, schreibt Dave, ähm, ändert für euch irgendwas an dem Ansehen von Shoyoka, ah ne, warte, das ist ein Zitat von, es macht keinen Sinn, wenn ich das vorlese, es ist hier zitiert. So, also auf jeden Fall schreibt Dave, ähm, von, ich gewinne 100%, ihr werdet sehen und du wirst dich entschuldigen, wenn du vor Gericht verlierst, zu, es ist egal, was das Gericht entscheidet, mit Self-Report. Also, im Prinzip tun die jetzt so, dass Theo verdammt am Rudern ist. So, um es nochmal verdammt zu fassen. Man kann den Part hier einfach komplett rausschneiden, es ging nur schief alles gerade, es ging alles einfach nur gerade schief. Vergesst das einfach wieder. So ne dumme Scheiße. So, weiter geht's. Ich geh nicht nochmal auf Twitter. Und seht ihr es auch so? Oder widersprecht ihr mir bei einiger Sache? Ja, Jay Radl, ich bleibe ja auch dabei. Ähm, redest du jetzt mit mir oder was? Aber wie gesagt, aber sie hat auch in den Tweet geschrieben, in den Ausschnitt gefilmt und in den Ausschnitt mit missosexuelle Belästigung. Das ist halt das Ding, das Gericht wertet es als, ich fühle mich ab. Na? Und sie darf das für sich so sehen. Na? Und deswegen kann sie das behaupten. Das war also der erste Eindruck. Wir sehen das natürlich nicht so, weil das Gericht ja auch gesagt hat, dass zu viel Zeit vergangen ist, immer zu ihren letzten Aussagen. Und das sehen wir überhaupt nicht so. Also die sagen, es ist zu viel Zeit dazwischen und der Zuschauer, ihr könntet da draußen nicht den Zusammenhang herstellen. Hä? So hab ich das alles wahrgenommen, alle Angaben ohne Gewehr. Und der Rest muss man gucken, ne? Hör auf, das Wort Gewehr zu benutzen, sonst geht Freiraumrehe in Deckung. Ja, der Tweet, also den Tweet, wenn das so bleibt, darf sie den Tweet, wie sie ihn gemacht hat, nicht mehr so, den muss sie löschen dann. Ja klar. Ihr erinnert euch das Statement, was sie gemacht hat? Also sie hat, also das Ding ist, sie hat ja damals mit ihren Behauptungen einfach gelogen. Ja? Indem sie sagt, ja und andere Frauen belästigt. Und das hat sie dann auf Twitter geschrieben. Ne? Und das wird sie löschen müssen, wenn der Fall gewonnen ist. Und der Schaden bleibt, eineinhalb Millionen Menschen haben den Tweet von ihr gesehen. Ne? Und ihr wisst halt wieder. Danke Frozen für deinen Stufe 1 zu haben, mein Bester. Kuss dir raus. Selbst wenn. Das Gute ist ja. Dickes Ahu in den Chat, für den ehren Mann. Wir sind, wir haben sowieso nur die gute Seite. Ne? Im Sinne von, schaut mal Leute, wir haben uns strafrechtlich nirgendwo strafbar gemacht. Wir haben niemanden irgendwie äh, sexuell belästigt. Wir haben überhaupt nichts getan. Wir haben lediglich auf einer Gamescom gefilmt. Ähm, wir haben auch sonst nichts verbrochen. Äh, wir haben halt eine Influencerin abgemahnt, zur Unterlassung vor Gericht gezogen, weil sie, Lügen erzählt und wahre Tatsachen, Behauptungen, äh, in den Raum gestellt hat. Und, ähm, am Ende, aus meiner Perspektive, kann ich nur gewinnen. Ne? Ja. Crazy. Schojo hat getwittert, dann gucken wir doch jetzt mal, was sie auf Twitter geschrieben hat. Sie hat auch gestern, also ich müsst, ihr müsst euch mal vorstellen, wir gucken jetzt erstmal, was sie getweetet hat, okay? Wie hoch war der Streitwert? Ach, ich dachte da gar nicht drauf, ich war keine Ahnung. Hier war ich tatsächlich kurz im Chat dann. Da hab ich zum Beispiel geschrieben, das ist der Tweet. Und die wollten auch die ganze Zeit, dass ich... jwiddle77, ich feiere deine Videos, so langsam wird's aus allen Ecken eng für die junge Dame. So nämlich. Post übernehme und das wäre falsch gestellt worden von, äh, von meinem Anwalt. Das ist so ein Bullshit. Also das Gericht auch, es ist wirklich... Also ja, den Tweet hab ich gesehen, ja, der ist ganz wild. Aber der ist... Der ist ja ganz wild, der ist ja ganz wild. Also sie tweetet folgendes, pass auf. Das ist der Tweet? Pass auf, sie tweetet folgendes. Das hatte ich kommentiert. Das ist der Tweet. Es lässt sich nicht mehr aus meinem Gehirn lösen, leider. Wer hat das hier gesagt? Dann zitiert sie, ein Zitat, Wenn ich in Europa wohnen möchte, äh, sorry. Wenn ich in Europa wohnen möchte, möchte ich auch überwiegend Frauen sehen, die halt europäisch herumlaufen und auch Männer überwiegend. Wenn ich in südländische Länder gehe, möchte ich südländische sehen. Sonst brauche ich kein Urlaub mehr machen, wenn ich überall das sehen kann. Wenn ich in Japan reise, möchte ich Asiaten sehen. Und dann sagt sie, wer hat das gesagt? Martin Sellner, Skouros oder Attila Hildmann? Also erst mal, sie vergleichen mich mit Attila Hildmann, das ist schon mal sehr wild. Stimmt, weil Skouros kann nicht kochen. Das ist schon mal sehr wild. Und zweitens, Entschuldigung, dass ich die Kulturen anderer Leute cool finde und ich in Japan Asiaten sehen möchte, deren Kultur kennenlernen möchte, dass ich da Urlaub mache, dass ich da viel von dem Land sehe. Tut mir leid. Ja, aber die Aussage ist ein wenig merkwürdig. Das geht so in die Richtung, wenn ich in Deutschland, nach Deutschland gehen will, dann will ich Deutsche sehen. Wenn ich nach, also so, wenn ich nach Japan gehe, will ich nur, will ich nur Asiaten sehen. Also da ist ja, das Wort Kultur ist ja von ihm gar nicht gefallen. Das wirkt so ein bisschen, ein bisschen nach dem Motto, jeder soll in seinem Land bleiben. Also die Aussage war ein bisschen komisch, aber wenn er es jetzt so erklärt und es so gemeint hat, dann ist daran ja alles gut. Dann ist daran ja überhaupt nichts verwerflich. Aber er hat halt gar nichts von Kultur gesagt oder so. Also, den Tweet würde ich gerne mal sehen. Also, wie gesagt, in dem Tweet, den er gemacht hat, wenn er genau so passiert ist, kann man, kann man sicherlich negative Sachen hereininterpretieren. Ja, wenn man denn möchte. Aber, aber ja, also wenn man denn möchte. Ich würde da jetzt auch nichts Schlimmes drin sehen, außer warum hat er denn das Wort Kultur da nicht erwähnt? Warum sagt er denn, wenn ich nach Asien fahre, will ich Asiaten sehen? Wenn ich nach Südländern fahre, will ich Südländer sehen? Also, ich kann schon verstehen, dass, 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 dass da irgendwelche verblendeten Leute, die negativ gesinnt sind, da was Negatives reininterpretieren. Ne, da kann man sich klüger ausdrücken, um sich gegen sowas zu schützen. Ja, tut mir leid. Dicker. St. Pauling schreibt, also ich verstehe daraus genau das, dass er Kultur meint. Ja, aber wenn er schreibt, wenn ich nach, äh, was hat er gesagt? Wenn ich nach Japan fliege, möchte ich Asiaten sehen. Also, warum hat er, also, Asiaten sehen ist so, ich möchte Asiaten sehen, ich möchte optisch Asiaten sehen. Das ist so, wenn man es so runterbrechen würde. Ne, aber es wäre ein komplett anderes Thema gewesen, hat er gesagt, wenn ich nach Japan fahre, möchte ich die asiatische Kultur sehen. Ne, das ist ein Unterschied. so hätte er es jetzt, wenn er es jetzt so formuliert hat, macht er sich einfach angreifbar für die Walkbubble. Wir, wir wissen doch, dass die alles immer maximal böse interpretieren. Ne, also ich würde das jetzt auch nicht böse interpretieren, was er da gemacht hat. Aber er weiß doch genau, was für verrückte Leute so, so im Internet unterwegs sind. Sonst drückt er sich ja auch klüger aus. Ne, ich glaube, ich glaube, er würde das vielleicht, keine Ahnung, ne, also man kann es einfach klüger schreiben, dass es nicht so viel Raum für Interpretationen gibt, wisst ihr? Das ist so mein Punkt dazu, ne, also, würde ihm das jetzt aber auch nicht negativ anrechnen. Ne, hätte er halt nur wahrscheinlich etwas offensichtlicher noch formulieren können, ne, weil man weiß, in was für wilden Zeiten wir leben und jeder sucht nur danach, dir irgendwie den Nazi-Troll in den Mund zu legen. Ich, ich glaube, sie versucht, also ist euer Eindruck, dass sie versucht hat, mir damit die Nazi-Keule und oder das Nazi-Troll-Dingen zu begründen? Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Glaubt ihr das, dass sie das versucht damit? Ja, definitiv. Kann ich mir gut vorstellen. Und, ah, aber die Antworten unter dem Tweet ausgeschaltet. Wisst ihr, ich, ich verstehe, wenn man manchmal die Tweets, die Antworten ausschaltet, das ist jetzt nicht per se etwas, wo man sagt, du hast verloren, du hast jemanden blockiert oder du hast, das kann man schon mal machen, aber ist euch mal aufgefallen, dass diese Bubbles aus, aus dieser Bubble und Co. das immer machen? Nahezu immer machen? Ist euch das mal aufgefallen, dass die das aus, dass die das einstellen, dass man nicht kommentieren kann? Das ist halt auch so provokant. Also, also ich finde das einfach nur provokant. Ne, das sind halt die, äh, die, die Leute immer, die auf die Fahne schreiben, Meinungsfreiheit hier, Meinungsfreiheit da, ne, und dann hauen die die düngsten Twitter-Posts, raus, und dann kann man, stellen die aus, dass man, oder stellen die ein, dass man nur kommentieren kann, wenn man denen folgt oder so, ne, oder wenn man, keine Ahnung, irgendwas gemacht hat, ne, ähm, wenn man, wenn man verifiziert ist, da zu schreiben. Es ist ja so lächerlich, weil dann können ja nur die Leute aus der Echokammer antworten, antworten, die genau derselben Meinung sind. Es ist ja so dumm. Also, äh, damit geht man ja jede, also jeder Diskussion aus dem Weg, ne, und stellt sich dann im besten Fall noch da, aber es hat mir ja keiner widersprochen. So wie Shuyoka, wenn sie in ihrem Stream sitzt und nach Kritik fragt. Und jeder, der, der irgendwie Kritik äußert, der ist ja gefühlt schon gebannt. Vor allem hat sie auch den Tweet, aber ich weiß, dass ich eben jetzt zurückzitiert habe, auch den Kontext ausgelassen. Da waren noch viel mehr Sachen. Also sie muss schon alles zeigen, was ich an dem Tag gesagt habe, ne. Digga, ich finde halt einfach andere Kulturen geil, ne. Was hier den Tweet auch ausgelassen hat, ist klar, jeder kann hier rumlaufen. wir leben da, ich stehe ja für freie Werte. Das bedeutet, Digga, ich stehe dafür, dass hier jeder, egal woher er kommt, wenn er sich hier benimmt, dass er hier auch willkommen ist am Ende des Tages. Also, das ist halt auch so eine Sache, was sie, diesen Eindruck will sie halt erwecken. Auch diese ganzen Sachen, auch immer, wenn dieser Versuch mit Nazi-Treu gelaber und dieses, ah, der ist ein Rechtsextremer. Guckt mal, Leute, auch was die ganze Asylpolitik betrifft. Meine Meinung ist da ganz klar. Wenn Jesiden oder Schutzbedürftige, die wirklich Schutz brauchen, wo man das weiß, bin ich der Letzte, der sagt, diese Menschen dürfen nicht in unser Land. Da bin ich auch dafür, dass die Asyl bekommen. Ich bin nur nicht für die Leute, die hier hinkommen, kriminell werden, deren, sie ein sichern. Ich frage mich, wo er wohnt. Wohnt er, also wohnt er nicht in Malta, auf Malta? Warum spricht er denn immer von hier? Also, wohnt er hier in Deutschland? Weiß das irgendwer? Also, er sagt hier, aber er wohnt doch nicht hier, oder? Oder spricht er jetzt gerade über Madeira? Achso, er spricht jetzt gerade über Madeira. Ich dachte, er spricht gerade über Deutschland. Sorry. und aus unserem Land einen islamischen Staat kreieren möchten. Da habe ich keine Lust drauf. Der spricht über Deutschland. Deutschland liegt ihm trotzdem am Herzen. Ja, ja, das kann ich ja nachvollziehen. Aber ich finde es wild, dass er sagt, hier, aber während er gerade woanders ist. Also, er wohnt ja dauerhaft woanders. Das, das fand ich einfach gerade nur wild. Das ist wie wenn, das finde ich, finde ich bei Dekadent genauso komisch. Der wohnt seit Jahren irgendwo in Irland und, und tut dann, tut dann immer so, als wäre er hier in Deutschland an einer Front die ganze Zeit. Würde sagen, wir, wir, wir müssen hier Deutschland retten und bla bla bla. Es ist auch sehr, 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 sehr befremdlich immer. Ach, Junge. Hallo, geh weiter. Sprich. Achso, er redet einfach die ganze Zeit nicht. das richtige Urteil, Leute, kommt erst noch schriftlich, müssen wir noch abwarten. Ne? Na klar, Moment mal. Ups. Ich glaube, das war es jetzt auch zu dem Thema, ne? Jungs und Mädels. Er hat gemeint, es ging dann nochmal auf Kick weiter, aber das können wir dann ja irgendwie in einem zweiten Part machen, auf ganz entspannt. Ja, machen wir hier das Video erst mal zu. Leute, lasst mir gerne eure Meinung zu dem Gerichtsprozess unten da. Ihr kennt das ja mittlerweile, Däumchen nach oben, da wird man nicht loben, ihr Lieben. Und, äh, ja, ab geht's zum nächsten Video, zum zweiten Teil, wenn es einen gibt. Ab geht's. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.